Alles? Läscht Woche bei Take-Off hat sich Team Giel mit dem Thema Kommunikation schwer geduhen. Weder beim ersten Challenge, wo Team Murf geglänzt hat, nach bei der Sommercube-Challenge konnten sie als Team in Watssagen an und damit zwei Memberen an den Duell schicken müssen. Dort konnten Jamie sich kein Unternehmen durchsetzen, aber auch heute gilt die Nerven zu behalten. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 I know you win and I know I will lose I'll bow down on my knees, sail across the seven seas Sick water, I'll draw myself in blue so that I'll get close to ya Sick water Or first you will learn not to look behind Don't you ever forget this I'll bow down on my knees, sail across the seven seas Sick water Sick water Wunderschöne Musik, an Musik spielt Orlo die zentrale Rolle bei Take-Off. Bei eurer Science-Challenge-Show wird sich heute alles ein bisschen ähnlich aufspielen. Mit einem speziellen Gast, der hat bestimmt erkannt, den Child aus Bayern ist. Willkommen auch dir. Moje moje. Wir werden heute mit den ganzen Hülle herausfinden, was Musik und Wissenschaft gemeinsam haben, an welchen die Gemeinsamkeit nutzen kann. Ich freue mich heute zu sehen, und ich bin ganz hochfröscht zu sehen, bei welchen Live-Kandidaten leichten werden. Es war ein bisschen so ein Wow-Moment, weil die Musik war so schön. Und ich denke, es tut ihnen so unerlich entspannt, weil normalerweise du kannst an dein Studio rennen, und es ist so rohig, du gibst alles herren. Und dann einfach mit der Musik fühlst du. Denn Child singt, und er singt so gut. Aber für wahre Sinktieren, warte da, du mal Zeugnis zu sehen. Ich weiß nicht, wer das lohnt. Ich bin auch ein bisschen angst, weil das Team ist nicht wirklich gut an der Musik. So, ich habe mir zum Beispiel Sonja und ich mit dem EU-Konservatorium gemacht, und ich weiß nicht, dass ich es weiß. Ich weiß nicht, wie ich es weiß. Unser Team-Kaptain wird Polina. Sie spielt auch die Gitarre und das Piano. Also, es könnte ein Vorteil sein, vielleicht nicht. Aber wir haben gedacht, es ist die beste Option. Ein Musikinstrument, bei dem auch Saiten den Ton machen als Gitarre. Da sind sie hier viel besser gesagt, als beim Piano. Ja, Saiten von einer Gitarre sind bekanntlich auch gespannt. Aber wenn ich den nach Bössämme auspönen, dann höre ich den, dass du doch mehr heisch gehst. Er aufgab also, mit Höllef von einer Gitarre seid, einen unbekannten Maas zu wählen. Ja, und das Maas, der das dem Josef sei, ist mein Koffer. Und ich muss durch dieses System bauen, den es ja lebt, mit Höllef und Tein die Maas von dem Koffer zu bestimmen. An der Ekip, die als echte Buzzer trägt, und als die richtige Antwort geht, der hat gewonnen. Wir sind bereit für den ersten Challenge von diesem Episode. Und da brauchen wir auch natürlich noch einen für uns den Top zu gehen. Child, wann ist es gelaufen? Drei, zwei, ein, take off! Ich meine, ich war noch nie immer so confused wie der Moment. Bei uns ist die Sonja-Teamkapitän. Ich weiß auch, wenn ich mich versuche, dass sie durch. Also, Miu hat einfach geholfen, dass ich verschiedene Reine kathmetisch geht, und die Kompetenzen sind. Aber wir wollen die Rot schlauen. Also, nein, nicht schlauen. Wir gewonnen. Und das ist, by the way, das ist ein Sound-Amplifier. auf das Gewicht rauszufinden, müssen die Kandidaten hier geht das seit Ombriert man Frequenz muss er festmachen, und sie müssen mit dem Objekt von dem sie das Gewicht kennen und spannen. Da macht sie schon mal einen ersten Ton, passend zu einer bestimmter Mass. Kannst du schon vertreten? Dickschluck. Hout, ich bin der erste Teamkapitän. Meine Familie sind alle Musiker. Science und Musik weiß ich kaum nicht. Mit Götmar war meine Erfahrung. Ich bin Karim, ich bin seit 17 Jahren. Alle sind an der Show. Musik kenne ich ganz gerne. Ich spiele Piano. Ich bin immer mega gerne mit Leuten. Wann ich arbeiten muss, bin ich am liebsten in die Insel. Ich sehe es oft mehr kompliziert, mit anderen Leuten zu arbeiten. Ich bin auch an der Show, wo ich eine Präsentation habe. Ich meine, es ist am liebsten allein. Wir müssen am Team zusammen schaffen. Die Leute wissen mich oft, dass ich daran denke, dass ich daran denke, dass ich daran denke. Und weil ich auch immer sozial bin und ich gerne mit Leuten sehe, meine ich, dass die Leute nicht bei mir sind. Schon seit klein bin ich mich passioniert von der Physik. Da hat man die schwarze Flasche angefangen. Da hat man angefangen, wo die Feuer angefangen, ein Interesse dafür zu kriegen. Physik will ich sicher studieren. Beruflich weiß ich nicht. Weil ich will nur mehr lernen. Ich will nur mehr von der Physik wissen und nur gucken. Ich meine, wenn ich ein Doktorat in der Physik kann, wäre ich mir nicht viel zufrieden, auf einen Platz zu finden. Guck, guck, guck. Ich bin nicht. Halt, ich muss es. Sie schauen, ob der richtige Spruch ist. Sie probieren eine ganz andere Methode ohne den Sound. Ich will nicht durchdurchtun, aber es haben wir nicht erlebt. Und zwar versichern sie mir die Gewicht, die sie kennen, Gewicht vom Koffer zu determinieren, wie bei einer traditionellen Wöhn. Ob dieser aber präzis geht noch aus. Komm, wir probieren das, komm, wir probieren. Das war schnell, ich war ziemlich überrascht. Wow, there's no way they got it right after this little time. Wenn das klappt, war nicht dann von denen Fehler zu lernen und dann durch das Neues aufzuschaffen. Wir probieren, ob die dort in Antatrischas-Child eigentlich den Hexen-Wandschliff. Falsch, aber weiter. Komm, let's go, let's go! Wir stimmen hier an der man den Zug auf der Seite sagt, oh, hey, 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 du sagst genau das selbe. Das sind zwei Oblagpunkte gewischt an der Seite. Genauso wie bei der Gitarre. Da haben wir zwei Stegen oben an der Seite. Und den Zug, den haben wir nicht mal einen Kurbel gemacht, also mit einem Stift gedreint, mehr einfach mit einem gewischt. Thema aus Neues-Finanschmusik. Was habt ihr gesagt? The stronger, the heavier something is on it, da möchte der Sound auch viel mehr hell. Ähm, hallo? Wir gucken so der Sound und dann irgendwann kommt der Sound aus, holen wir mal eine Formel, die wir nicht kennen, weil wir nicht kennen. Aber dass du gerade das verstehst. In der Gitarre spielt heute eventuell viele Dinge. Und das ist ein Beispiel, dass Wissenschaft wirklich an allem dran ist. An der Musik ist zum Beispiel ganz viel Physik. Gell, Lucie? Genau, Josef. Als Kandidatin sehe ich verschiedene bekannte Gewichte umdurchleuen. Wenn sie Dinge und die Gitarre drin hängen, da können sie die Frequenz vom Ton mauseln. Was muss mir groß sein, was den Ton mehr hell gibt, respektiv die Frequenz mehr heisch. Idealerweise gibt es ein Lodrop kommen, für eine solche Grafik zu zeichnen. Hören wir mal ein Beispiel. Wenn wir eine Masse von 500 Gramm darin hängen, da kriegen wir eine Frequenz von 440 Hertz. An diesem Punkt gibt man die hoch an der Grafik an. So, und das wiederholen wir, lassen wir all die anderen Gewichten an, und bekommen dann ungefähr so ein ganz leicht kurb raus. So, und hier hängt man die Köste mit einem unbekannten Gewicht an, an diesen Ortfrequenz. Und mit Hölle von der Kurde können wir da ganz einfach am Grafik gucken, welche Schwierigkeit es kostet. Und das wird den Jamie lo verstanden. Wie so Dachs hapertet bei ihnen unter richtiger Teamkommunikation. Wenn sie heute fast läuft, sie sitzt. Hier ist es von der Kirche. Geht den Fass. Was trinkt ihr das? Mal guck. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. 3-3-3-5-0. 3-3-5-0. 3-3-5-0. Wir trainen uns um und machen sie rot. Oh nein. Wann schief nicht? Wann schief nicht? Der Enger sagt, trauen uns hinten ein Zau für, dass beim ersten Versuch direkt richtig zu sein. Wir haben Hoffnung, dass wir einen Oranger probieren dürfen, weil wir sind wirklich nie mehr weit von unserem Ergebnis fort. Child, check, ob es trinkt. Ja! 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 Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen uns Zeit... Oh, scheiss! Wir hatten nicht mehr lange gebraucht, wirklich. Für wahr. Für wahr, sie rum. Wir wollen noch gewonnen. In der nächsten Episode wird Evelina zwei Teams immer noch zu zweit durchdauen und das war die größte Angst, die wir alle in meinen Schatten. Wir lassen es natürlich nicht so gut für die anderen Teams seit Gottlobata. Wir sehen nicht gerade glücklich aus, sondern eher nur zwei. Team Rot gewinnt den Challenge strategisch, dass wir den Alex, Elani, Paulina und Nicole Sischer werden an der nächsten Runde gesehen. Und dann wird der Team Giel oder Team Hof werden die nächste Ehre von ihren Memberern verleuern. Wer eine Äquipe treffen wird, das sehen wir am nächsten Challenge. Genau. Und an diesem Challenge muss der E-Piano bauen, dem hat drei Tasten funktioniert und ab dem den Child nur kann, Mary hat Little Lamp oder dem Marisa Chef zu spielen. Ta-ta-tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. So soll das am besten Florida klingen, Du sollst nur zu determinieren, ob Kandidaten und Aufgaben richtig gelesen haben. Ja, ich werde das Piano selber testen und schauen, ob sie klingen, wie sie klingen sollen. Drei, zwei, eins, take off! Alles, was sie brauchen, für drei funktionären Tasten zu bauen, steht auf ihren Tisch. Die Schwierigkeit bei dem ganzen Nassau war, dass wenn ihr bei einem richtigen Piano zeitweiter schwingen muss, wenn ihr den Tasten gedrückt hält, den Ton abhellen muss, wenn ihn sie lasst, aber wenn ihr den Tasten nicht fest genug drückt, dann dürfen wir noch keinen Ton hören. Null Idee zu Piano oder so, was lebt. Wenn du die Piano so abgebaut hast, dass es so viele Sachen sind, aber wenn es da dann rechts geht, dann gehen die Sachen ab und die Pedale bleiben doch nicht ab, so dass es fest ist. Ja, ja, got it. You got it? Got it. Okay. Das hat hier so eine Tour am Kreis geführt und da geht es so eng, als du da lernst. Das ist mein Idee. Das ist ein Problem. Boah, warte, 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 warte. Kröste Trivulation. Kann dir die Glocke spielen, wo er drehen? Es geht hoch und runter, wenn du ihn beweist. Ich weiß wie die Mechanik von einem Piano hat, dass ich ganz lange gucke, weil es mich interessiert, wie er das gebaut wird. Schaut, wie Alex hat es. Das ist eine gute Idee. Also, sie sagten, es muss arbeiten, schwingen und dampfen. Ja, und das wird dampfen. We need something to dampfen, okay? Nein, der Werte lässt mich mal. Okay, das so, das so. Mal gucken, wenn er süßt, die Flanischkuren, die verschwingen. Mathieu hat am Anfang nicht ganz verstanden, dass ihn halt tastbar keinen Wohl zu haben. So ein Systembauer, wo er drunter drehen muss, weil der Feier am Anfang nicht richtig Stoff gab. Die Mäufe, sie holen ein bisschen Zeit verloren, weil sie als erstes bei Tafeln gelaufen sind und die wildste Ideen abgeschrieben haben, auch so zu tun. Und sie fangen glorisch an, hier das Material zu gucken und lachen sie gemerkt, okay, das könnte machen, was man wollte. Eigentlich müssen sie sich als erstes mal gucken, wie das Material in einem Durchfall einräumt. Und da tut Team Roder a priori gut gemacht, mit hier ein Plan, als nicht 100%ig durchdurcht. Wenn ihr seid gedrückt bleibt, da gibt es einen automatisch gedämpftes Tast und da dürfen sie einen schnittetisch. Die sind momentan im Holzweh. Wenn der Schneck hat Gelegenheit her, dann den Piano anzugucken, da wüsste er, das hat die Bahn ziemlich kompliziert ausgestellt. Aber wenn nicht, dann holen sie es immer. Und der Teil geschieht, wenn er einen einen Pianostast in Gang setzt. All das besteht aus 50 bis 60 Einzeldälen und das ist eine komplexe Mechanik aus hierwillendem Hummer an Dämpfern. Man ändert also auch nicht, für das der Piano so funktioniert, wie wir ihn kennen. Das heißt, ich kann einen Tast ganz duß spielen, aber auch mehr expressiv, und auch ganz ein anderer Neen. Und den Tön halt dort mal zu spielen, sobald es Tast last los ist. Hä, das ist ja gerade, es muss ja weiter schwingen. Nein, wenn es Tast direkt aus ist, So, ja. Aber wenn es sich umrufen ist, dann nicht mehr. Ich bin Jamie Lai, ich bin 16 Jahre alt, und ich gehe zu Dickeisch an den LCD. Ich bin ganz interessiert an Formulieren, wo es ja auch ganz viel Physik gibt. Ich will in die Richtung studieren, also Motorbau. Mein absoluter Traum wäre, an Formulieren zu schaffen zu gehen. Da kann man nicht viel am Management- oder Renningenieur von einem Vorrat zu gehen. Ich bin ein Triathlon, da habe ich viel Training, also fünfmal in der Woche, plus wahrscheinlich immer einen Kurs. Weil das ja auch ein Inzelsport hat, vielleicht hat es für mich auch mehr Schwergewicht, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich fand das wirklich bislang ultra cool, also einfach, wie weit ich heute schon gekommen bin. Ganz ehrlich, wegen Mama, bin ich schon gemein. Weil sie war unser Stabu dort, und dann auch oben, so wie mal das sie da hat. Jamie spielte es da an. Ich meine, den Ehrgeiz ist da, für heute weiterzukommen. Ich hoffe auch, dass sich dadurch so wird realisieren, ja. Wenn hinten Tast rufen möchtest. Ja, okay. Wir müssen Gast sein. Wirklich, wenn die Duttern, oder wenn sie sehen, dann sind wir am dual. Wir sind am dual. Wir können probieren, Leute, wir können probieren. Let's probieren. Wir müssen, wirklich. Okay, komm mit Tasten. Hände weg vom Gebäck. Bei Team Giel fängt der Stress Pejelun zu klammern. Für sie steht auch Munches ums Spiel. Nichts anderes, dass da war für Tim Hof die Dugge in den Filmen sehen bleiben. Es muss so schwank machen. Aber wenn sie zum Beispiel ein Kabelbinder darunter sind, kann es heuer dann so viel Holz draufpaschen. Es wird aus mir gewischt, der Anfang. Wir müssen, komm und gucken. Ami, der Startbett dann einfach heuer. So. Und dann dazu fassen. So, schlau. So, schlau. Wir haben rübergeguckt und wir konnten das ähnlich wie nicht kleben. Wir hatten noch überhaupt nichts zusammengebaut. Wenn man nur mehr frei probieren, wenn man irgendein Fehler hat, kann man direkt korrigieren. Und wir wollten nicht Chines in den Duell. Und ich hatte so Angst. Ich habe einfach nicht mehr gehofft, wann es kräftlos nicht funktionieren. Ich hatte noch einen guacken. Schönen guten Saison. Das geht nicht direkt. Bei der ersten Tasten hat ich ein bisschen so gefühlt, das war gut. Denn Josef, der, der nicht so gut fand, war das, als wir mal auch geschlagen haben. Nein, das ist kein funktionierendes Piano. Manche Leute müssen dann auch ein bisschen drauf schaffen. Das Piano von Team Giel klingt nicht mehr ganz bizarr, aber es funktioniert doch nicht wie es sollte. Tasten spielen ihm, wenn sie direkt an, wenn sie lasst. Ja, sie sind nicht nur gelöstet. Nein, das tut es schon, weil es muss hier drüber sein. Ja, das ist ein Stuhl, das ist ein Pianoball. Ich kann es nicht spielen. Ich kann es nicht. Die Muffe sind im richtigen Weg. Sie haben den Schwung braucht, um uns zu tippen. Es ist ein Problem, dass es nicht genug Massen gibt, damit es richtig klingt. Sie haben es am meisten gebaut, um zu dämpfen. Wir waren im richtigen Weg. Es war so, wie es schon öfters geschah, dass es einfach nach Zeit gefehlt hat. Wir haben gehofft, dass das von den Roden nicht funktioniert. Und das, was mir gegangen war, noch weiter ausführen könnte. Mit einem Piano brauchen wir noch einen Pianist. Child, probierst du, ob es klappt? Team Rot. Schauen wir mal. Leider funktioniert das nicht für ein Piano. Es schwingt nicht weiter, wenn wir ein Struppdrecken an etwas mehr wie eine Note. Das ist gut. Das ist gut. Die Zeit gab es an zwei, und dadurch sind zwei ganz komisch Teilen entstanden. Das war auch nicht gut. Nachdem unser erstes Piano verloren hat, dann war es eigentlich jeder für sich. Wir waren komplett disbanned, wir reden über uns. Da wurde die Chemie komplett verbrannt. Wir müssen wirklich daran arbeiten. und wir wollen weitergehen. Bei einem Moment, ich habe mich nicht vergessen. Es war ein Domi. Was sollen wir denn machen? Es war für mich so ein weirder Moment, denn niemand gab es keine Ideen, aber es war meistens ein Overload. Aber in diesem Moment gab es nichts. Aber wie sollen wir das machen? Wolltest du das mit Mama Mino? Pfff! 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 Okay, vier Runden, vier Runden, vier Runden. Wir müssen das los sein auf Herdischkriegen. Wir können das gewinnen. Perfekt! Ah, ich finde es laut. Okay, gut. Das ist push, by the way, keep it. Okay, Banane blicken. Das ist nicht da. Das sind Dankfehler. Guck, guck. Wenn es eine tolle Ruppen ist, dann schwingt die. Nein, 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 nein. Das ist nicht logisch. Das war drunter. Ich bin nur so in Harmonie an unserem Team und ich bin gespannt, weil wir wollen nur nicht verlieren. Das ist immer im Duell. Also es sind zwei von drei Leuten im Duell. Ah, Team Purple might be into something. Können wir heute geschehen? Gestehen? Hoi, hoi, hoi! Ja, und ich war zu kurz. Ich wusste nicht, dass du die... Mange, 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 no. Für den Move. 5-0-4-0-4-0-1. Das Entscheid, was du nachher müssen machen, war eben ein Dampfer. Okay, nur noch die Lasten. Wassi, anders sind wir fertig. Die anderen definitiv müssen eher Sinn. Du musst... Mach mal vor... Wassi, wassi, wassi. Wassi, wassi, wassi. Wassi, wassi. Wassi, wassi. Du bist in Krise, nein, du hast keine Angst. Wassi. Ich kann nicht mehr. Das ist zu witzig. Das, 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 das... Das geht. Halt der Maul. Fick dich, Scheiss! Yeah! Weisst du, und ich frete die Euphorie, und ich war so... Ich muss auch was machen, jeder. Wir drei mussten in den Händen gehauen und ich habe gemerkt, wie ungespannt wir waren. Ich habe in den Händen so fast gedrückt und einfach nicht gehofft, dass ich mich nicht traut, zu atmen. Weil ich war so los, die Warnstift funktionieren. Dritte Equipe, dritte Konstruktion. Child, the stage is all yours. Tim Moved hat gesagt, ob es schon ganz interessant aussieht. Mal schauen, ob es funktioniert. Das funktioniert einfach. Ich kann nicht gut leben. Okay. Das klingt, ob es richtig ist. Du musst noch Mary had a little lamb drauf spielen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Okay. Top. Timo fissert sich einen Platz, um im nächsten Episode einen Butter Psalm zu schläcken. Für Team Gierl, für die Jeloni, sind Duell bei 4 steht. Ich habe Angst für meinen Platz bei Take-off. Ich habe wirklich Angst. Ich will nur noch nicht abgehen. Da sind Probleme, da sind Wurm dran. Und ich weiß nur noch nicht ganz genau, welche Stimme da so aufhängt. Das ist enttäuschend, aber auch zu wissen, dass wir immer Back-to-Back am Duell sind. So klingt dann Marie, sie klingt schäf schon gespielt auf einem richtigen Piano. Eine Melodie, die Team Gierl ist wahrscheinlich nicht wert vergessen, weil es für erst bedeutet, dass zwei von ihr an den Duell gehen müssen. Die Jury hat sich beraten, Joseph Foyer, Kandidat, heute ist am Mannsten über 10. Ja, ich bin als Bruder und es ist leider um Sonja fern im Duell zu gehen. Sonja war auch Teamkapitän und er hat die Rolle nicht assumiert. Ein Teamkapitän muss einfach schauen, dass er sein Team koordiniert und danach sieht, er kommt in mein Lodat, kommt in mein Lodat. Und es hat keine Ausführung gemacht, es ist einfach wahllos durch eine Jury gemacht. Und dadurch ist man auch so gut diese Idee. Es ist schwer, für den Teamkapitän, den sich vielleicht erst einmal selbst spielt, dann einen Duell zu schicken. Sonja, du musst nur entscheiden, wie man dir an der Finale im Duell geht, für einen Platz bei Take-off zu kämpfen. Ich wähle ihn als zweiten Duellist, den Jamie. Nicht, dass ich mir so sagen, okay, gegen die Tönke hätte ich mir einfach gewonnen. Ich meine, das ist auch eine gute Tat. Ich weiß es aber auch, weil ich mir so und wann ich bleibe, da bleibe ich mit Tabea. Weil einfach zusammen ab, ich möchte ihm viel mehr einfach aus mit dem Jamie. Und das ist seit ein paar Momenten nicht so einfach. Und das ist wirklich schlimm. Und das. Ich traine mir schon nicht so viel ab. Es ist immer kein Rosen. Ich meine, das ist eigentlich eine Saison, die man muss treffen. Am Duell muss er nur diese Päckfüllchen und Pfeifen bringen. Aber ohne selber dran zu bloßen und auch ohne ihn einzupacken. Die hat nur 15 Minuten Zeit für etwas zu bauen und auch zu testen. Und nur noch als Kompetition. Und den Päckfüllchen, den am längsten pfeift, den hat gewonnen. Und andere wieder die größte Pfeift gewonnen. Lose, ich lufte mit dem Schenkel, klopfe doch nicht aus dem Konzept. Wir kämpften im Erdplatz bei Takeoff. Viel Glück. Drei, zwei, eins. Takeoff! Denn Jamie und Sonja haben also zehn Minuten Zeit für rauszufahren, weil sie mal den konstanten Luftstrom hier im Päckfüllchen am längsten und Pfeifen kriegen. Aber immer feiern auch bei diesem Duell. Obwohl wir bei der richtigen Schleisung. Ich habe gesehen, dass ich direkt Essen und Bockpull war. Aber ich weiß ganz genau, dass das nur Brudel, dann Gas und so. Sonst habe ich mir gedacht, dass das, was ich selber dran lösen kann. Also das, was ich brauche. Ich meine, ich würde für dich mal wirklich ein bisschen Nerven behalten. Also, es war schon ein bisschen schwer für den Ballon darunter festzukriegen. So tun dir einen Token? Für mich, dass du einen Pfeifen tun, ja. Wenn ich aber mir denke, dass ich nicht klar habe, dass ich nicht mal 50 Minuten habe. Es braucht mega viel Zeit. Ich versuche einfach, dass ich das einfach mit dem Luftballon mache. Ich finde, dass ich den Luftballon schon einfach so kann. Für weiter noch mehr muss ich machen. Für den Essig und den Backpulver zusammenzumachen. Für eine schimmige Reaktion zu kriegen. Sie hat laut Medischkeiten eine Konstruktion mit lauter Ballon zu bauen. Also mit Ballon, mit einem Schlauch und so weiter. Sie könnten aber auch eine chemische Reaktion machen. Zum Beispiel mit der Backpulver in Essig. Da sprudelt es und könnte CO2 raus. Da könnte man auch einen relativ langen, konstanten Luftstrom erhälen. Und dann hätte man auch einen Plastikstudop losen, und dann ein Gewicht drauf lernen. Zum Beispiel dafür, dass das Pfeifen ein bisschen pfeift. Ich habe noch nicht gesehen, dass es gott Schatten im Tisch. Das wäre viel mehr einvergangen wie an dem Kabelbinder. Wir haben es an dem Stress, da gucke ich nicht genau. Und ich möchte ihn einfach kopieren den anderen an. Das ist sehr spannend. Also, wir stehen mit jemandem drunter zu zitteren. Wir sehen, wie der Jamie den Luftballon einmal mit dem, einmal mit dem, einmal mit dem, einmal mit dem abgelöst. Ich mache es so. Gehe einfach mit dem Safe-Method. Entweder du kriegst du Bösen-Appes hin, oder du kriegst Manner hin, wie hart. Zumindest du kriegst eh Appes. Weil du konntest in dem Luftballon Bösen-Mey über den Päckfälscher sein. Kick es. Zeigen. Stopp! Zeit ist aufgelaufen. So, nur noch 10 Sekunden Zeit, um es zu präparieren. Wir fangen mit Sonja an. Sonja, dann 10 Sekunden laufen. Und 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1. Die 10 Sekunden sind leider nicht genug für meine Dinge, wie ich schweiß zu machen. Also, das ist halt gar nicht fest. Und dafür geschieht halt da, dass die Luft von der Seite einfach rausgeht, weil es halt nicht fast ein Päckfälscher ist. Man könnte nicht fehlen. Das funktioniert. Leider nicht. Man hat wohl noch einen neuen Tisch, oder? Ja. Und 10 Sekunden noch eine Präparationszeit für Jamie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp! Ah, lass das jetzt. Oh, fuck. Oh, fuck. Du hast heute den Jamie gewonnen! Ja! Oh, gut. Das ist der Game, ja. Ich komme nach Spiegel. Mein Ziel für die nächste Episode ist definitiv, dann nicht an die Welt zu kommen. Ich meine, von vier Rang einfach die erste. Einfach zu gewinnen und dann einfach so an den Dach, Lass mich halt mal besser nach oben. Ich finde, dass es mich auch traurig ist, dass es auch so, 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 so. Äh, naja, it's the game. Von Sonja muss man Reislow heute leider schon verabschieden. Him, aber ein grosses Merci, dass es bei der Aventeur von der Science Challenge Show dabei war. Und natürlich auch ein grosses, grosses Merci an unser Spezialgast von heute, den Child. Ich bin wirklich mega, mega gespannt zu sehen, wie ihr weiterkommt, wie ihr ausgesehen wird in Zukunft. Du bist der K.O. Sie sagten, mich recht, aber Sie sagten, wir sind die Frage, von der Science Challenge Show. Ich finde, es ist valid. Ihr könnt, es ist sicher, dass wir alles sehr alternativ the past. Und das mache. Und das k Momo kommt. Ich muss das cothingt sein. Die Farbe. Okay. Dann gehen wir. So hart. Take off! Eine gemeinsame Initiative von André Loche von der CAU und dem Front National de la Recherche.